Ich habe mich verabredet mit einem anderen jungen Mann, der mit mir singen wollte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ohne dich schlafe ich heute Nacht dich ein, heißt der Song. Das wünsche ich mir doch. Dann müssen wir erstmal was klären. Schläfst du links oder rechts? Ich schlafe eher links. Ich auch. Ja, dann müssen wir halt ein bisschen nah zusammenrücken. Dann ein bisschen nah zusammenrücken. Schläfst du mit offenem Fenster oder geschlossenen Fenster? Offenem Fenster und auch Rollos auf. Also es ist hell. Nein, das ist nicht. Wir können von mir das Fenster auflassen, aber die Rollos runter. Okay, danke Herzen. Na gut, danke Herzen. Dann lasst uns singen, gemeinsam mit Berlin und mit allen zu Hause. Andiamo Chris. Und jetzt hier. Das, was ich weh, ist du. Andiamo, Vincent, andiamo. Ich will nichts garantieren, dass ich nichts halten kann. Ich will mit dir was erleben, besser gleich als irgendwann. Und ich gebe es auch viel zu. Was gibt Berlin zu? Das, was ich will, bist du. Ich sehe schon, Berlin ist komplett wach. Ich will auch auf Italienisch weiter. Italienisch, bitte. Ich will mit dir was erleben. Ich will mit dir was erleben. Ich will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Aber was? Was gebe ich auch nicht zu? Dann gib's mal zu. Ich gib's du. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein. 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 Ohne dich schlaf ich zu. Das, was ich will, bist du. Dann, ja, wir müssen uns für die nächste Show nochmal ein Duett überlegen. Also Zeit am 22. Juli. 22. Juli? Ja. Also ich bin jetzt von Ende Mai auf Tour bis Mitte Juni. Perfekt. Und dann schreibe ich euch wieder eine WhatsApp. Dann überlegen wir uns einen Song. Wir schlafen jetzt ja sowieso immer in einem Bett. Wir brauchen gar nicht uns schreiten, wir sind ja sowieso. Wir sind ja jetzt nur noch zusammen. Ich flüstere mir jetzt auch, was ich singen soll.